Nicht Lehrlinge, sondern Reschlinge werden hier gesucht, beim Unternehmen Resch und Frisch. Wir sind immer, so wie jedes Jahr, auf der Suche nach begeisterten Lehrlingen, die wir ausbilden dürfen in neun unterschiedliche Lehrberufe. Ganz klassisch, wie es für eine Bäckerei gehört, von Bäcker bis Lebensmitteltechniker, aber natürlich auch Bürokauf, Frau und Elektrotechniker. Wir haben eine eigene Lehrwerkstätte, wo wir Pionier sind in der Lebensmittelbranche, wo unsere Lehrlinge vom Feld weg, wo es kein angebaut wird, bis hin zum Resch. Seh mal am Frühstückstisch, jeder Arbeitsschritt mit begleitet wird. Insgesamt 40 Lehrlinge werden derzeit ausgebildet. Pro Jahr kommen 10 bis 12 dazu. Einer der ersten Lehrlinge, der mit der neuen Akademie gestartet ist, ist Benjamin Kahl. Also was mir vor allem an der Lehre so viel Spaß macht, ist es einfach quasi, wir haben so ein familiäres Verhältnis in der Firma. Immer wenn du einen Fehler machst, ist es überhaupt kein Problem, ist es sofort, wer da dir hilft. Das heißt, du hast in vielen Firmen, wo du die Arbeit an kannst. Aber das Arbeitsklima ist so wichtig und bei uns ist das Arbeitsklima einfach so super. Und die Lehrlinge von Resch und Frisch sind auch erfolgreich. Diese drei Damen haben beim oberösterreichischen Landeslehrlingswettbewerb der Handwerksbäcker die Plätze 3, 5 und 7 belegt. Wir haben dafür in der Lehrwerksstadt gelegt und in der Schule dafür. Und wir haben durch unsere Ausbildner natürlich sehr viel Unterstützung gekriegt. Bei uns ist es so eine große Auswahl, was man alles sieht. Eben das Traditionelle, auch das Maschinelle. Es ist sehr viel Abwechslung dabei. Ja, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja, das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen.